So, das sind wir wieder. Und zwar ist es diesmal Tag. Oh, du, wir wollen jetzt mal kurz gucken, ob er was ist, aber nicht, aber ich kann schnell zur Stadt rein, weil... Oh ja, dieser Hunger. Oh ja, das ist richtig hart. Wir verhungern nämlich gleich, wie ihr gerade rechts uns sehen könnt. Haben wir auch erstmal echt so, ich bin zu Hause gekommen und hab mir gedacht... Scheiße. Gut, mal gucken, wie bei der nächste Stadt entfernt ist. Handy raus und... Gott. Wir müssen hier abkürzen. Renn! Oh, fuck. Okay, wir gehen erst am Hafen. Oder? Ne, die Stadt ist näher. Fuck, wir sind gleich nah. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht hab ich ja schon ein Zelt aber sehen, wo 50 Milliarden Tausend Essen drin waren. Oh Gott, wenn wir jetzt verhungern, ey. Ach, da war das vorhin doch Mitrubis. Das hab ich eigentlich gemeint. Also ganz vorhin, hab ich nicht gerade auf der Karte gesehen. Ach, da... Ah! Okay, dann werden wir aber da mit Absicht irgendwo in der Nähe sterben, damit ich da gleich wieder hinkomme. Mhm. Und mir mein Zeug wiederholen kann. So. So. Ich seh hier irgendwie grad nix. Irgendwie versteckte Zelte, das so irgendwie... Ja, gar nicht. Hm. Ja, okay, dann eben nicht, ne? Ich mein... Muss ja nicht immer sein, ne? So. Wir müssen gleich beim Hafen sein. Jetzt beim großen Stein. Oh Gott, das dauert ja noch ewig. Renn! Gut. Am Hafen ist da wahrscheinlich noch ein Spieler, ey. Boah, warum muss ich nicht ganz so übsen? Scheiße, warte mal kurz. So. Das ist der Hafen. Könnten wir noch schaffen, wenn wir jetzt ganz schön in den Hangars... Ne, das sind keine Hangars. Hangar... Ich weiß nicht echt, was die März von Hangar ist. Weil Hangars hört sich so komisch an. Mehrere Hangars, Hangaren. Das ist die alles... Ich hab keine Ahnung. Ich glaub Hangar war das... Hangaris, aber das hört sich so komisch an. Okay. Ich war jetzt auch ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht bei euch irgendwie lauter. Ob es jetzt einfach nur so... Also jetzt nicht in den oder so, ne? Ist okay, ich werd mal kurz... Ne, ich glaub, ich lass die Aufnahme an. Nicht, dass jetzt gleich irgendwas schon anderes passiert. Ich mein, es ist ja nicht weit. Es ist ja echt kaum was. Oh. Ich glaub, da ist schon wieder irgendwas umfallen. Aber diesmal glaub ich kein ganzer Schrank. Okay, gleich geschafft. Warum hat sich halt nicht mein Handy von Querformat auf Hochformat umgestellt? Keine Ahnung. So. Da vorne, wir können schon die Einzelheiten des Hafens entdecken. Mal mit dem Hangars nur. So. Da ist doch glatt mein Headshot verrutscht. Hier könnte gut ein Zelt drin sein. Wo hier so alles so versteckt ist und so. Sich so überall tannen und so. Da sieht man das schlecht. Aber sieht nicht so aus. Hm. Oh, was hier grad abgeht? Die ganze Zeit stirbt irgendjemand. Oh Gott, das Essen blinkt. Beeil dich. Ich weiß gleich, wie das ist, wenn man wundert. Ob man einfach tot ist, wenn das vorbei ist. Oder ob man erst... Ob langsam das Blut runter geht. Oh Gott, kann ich nicht spawnen. Scheiße. Boah, dann müssen wir das Essen finden. Fuck. Das ist grad richtig scheiße. Was alles im Metrovice ist. Ne, Metrovice. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Ich sag das aber mal so. So. Ich hoffe mal, das wird so ausgesprochen. Ich, 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 ich hoffe mal, ne? Gott, wir sind gleich da. Oh, bitte ey. Ich will jetzt nicht sterben. Ich will jetzt irgendein Spielersinn einfach draufhalten. Na, ich. Das ist irgendwie so eingebürgert. Kannst du sagen? Das ist dieses Wir. Ja. Keine Ahnung. Ist jetzt so geil. Man kann von hier aus die Zomme des Rechtsforms ziehen. Indem man die weißen Punkten rechts am Bildschirm anrufen hat. Weiß nicht, ob ihr die so gut im Video sieht. Weil ich, ich kann ja auch leider nicht in 1900p spielen. So nur 1400. Also dieses kleine Format, deswegen habt ihr immer diese Schwarzbiken, finde ich echt scheiße. Aber der Bildschirm ist schuld. Und ich habe echt kein Geld, um mir einen neuen zu kaufen. Okay, wir sind da. Jetzt schnell. Fuck. Schneller. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir einen Spieler finden würden, den wir umlegen könnten. Wegen Essen. Vielleicht hätte der ja was dabei. Aber das Problem ist, er könnte mich ja auch umlegen. Ich glaube, ich habe in der Sitz noch keinen einzigen Spieler getötet. Ne, habe ich noch nicht. Noch nie. Vielleicht verfehle ich damit ein bisschen das Zerset-Prinzip, oder weil ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich, musste ich noch nie. Okay, jetzt haben wir sie gerade gespawnt. Hier ist keiner. Ja. Gott, wie viele das sind. Ich kann doch jetzt nicht da einfach rein. Scheiße. Ich spawne alle wieder in Vitrovis. Fuck. Ich spawne die Poster, wie ich ja seh. Der richtig harte Schritt. So. Jetzt guck mal, ob die Waffe da ist. Oh Gott, komm mal in meine Richtung. Jetzt soll ich da wieder außen rum, ey. Da muss jetzt was drin sein. Boah, ich könnte mir so hart in den Arsch beißen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach. Okay, okay, okay. Was ist das? Ich glaube, du wirst wohl spüren. Jetzt sind die Zumbis. Scheiß drauf. Ich muss jetzt einfach rein. Scheiße. 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 Das war's. Okay, wir werden sterben. Hier gibt's nix. Fuck. Bitte nicht. Oh, da muss das Essen dran sein. Wie war's das? Da. Scheiße. Fuck. Das wird so knapp. Wie viele Beton muss da hier auch stehen, ne? Okay, wir werden sterben, ich bin mir so sicher. Oh, zur Stadt. Ja, das geht gerade alles in Metro-Supp, aber ich hab schlechte Hoffnung, dass mein Zeug wieder bekommen hat. Seit weh, da würde ich mich jetzt in den Baum legen und dann einfach sterben, oder? Woher kommen die Zombies denn plötzlich von da oben? Tur, 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 dupeche. Fuck. Das ist betretbares Haus, oder? Das ist betretbar. Nun verballer ich mir halt den Weg raus. Ob es keine andere Möglichkeit gibt, wie lange ich hier essen finde, ist alles gut. Gut. Nein. Cheater, durch die Wand durch. Bitte, schnell, einfach, bitte, schnell, einfach, bitte, schnell. Ich weiß, dass es gerade das Dummste ist, was ich machen konnte, hier hochzurennen. Fuck, lass mal trinken. Warum ist hier denn da nur trinken? Ich kann gerade so heulen, ey. Komm hier rein. Komm hier, sein braver Zombie. Komm hier rein. Ein Stück rausrennen. Komm. 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 Krass. Rieuf, rieuf, raph!? 하면. wenn er meint. Auto! Schlechte Idee. Wenn ich mich durch die Zombies sterbe, friegt mich der Spieler um. Ich weiß das ganz genau. Ähm, ich mein doch Essen. Oh. Jetzt führt wir auch noch eine Map. Ich mein, ich will keine verfickte Map. Komm her. Komm her. Ja, kommt her. Ja, kommt, ja, kommt. Ich möchte jetzt richtig schießen, weil ich weiß, dass hier noch jemand ist. Ehrlich, darauf muss ich jetzt einfach mal scheißen. Ich mach mich weder scheißig drauf oder ich sterb. Also entweder sterbe ich oder ich überlebe. Das ist doch scheiß, da haben wir auch nochmal zwei Möglichkeiten. Nein. Nein. Haben wir schon einen Kompass?